Hallo und herzlich willkommen zur Sportbildung des Tages in Michael Sportecke auf nachdorf.tv. Heute Tennis. Der 25-jährige Tiroler Alexander Erler und der 26-jährige Niederösterreicher Lukas Miedler haben den Doppelbewerb beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle gewonnen. Die beiden Österreicher haben sich im Finale gegen die mexikanisch-argentinische Paarung Santiago González und Andrés Muntini durchgesetzt. Das Ergebnis lautet 6 zu 3 und 7 zu 6, wobei das Taiprik 7 zu 1 ausgegangen ist. Das österreichische Doppel schaffte den Einzug in den Hauptbewerb durch eine Wildcard. Das gleiche Kunststück und damit ein seltenes österreichisches Double haben sie letztes Jahr in Kitzbühel geschafft. Somit haben die beiden Miedler und Erler es geschafft, sowohl das Turnier in Kitzbühel als auch das Turnier in Wien zu gewinnen.